Kennst du das Gefühl, dass du einfach nicht weiterkommst, dass du immer auf der Stelle trittst und du schaust zurück und machst irgendwie nur minimale Fortschritte und hast dabei das Gefühl, dass irgendwie alle anderen an dir vorbeiziehen? Dann bleib heute auf jeden Fall dran, denn ich werde dir einen Tipp mitgeben, wie du das alles ändern kannst. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Thomas hat mir mal gesagt, dort wo du gerade bist, musst du nicht checken. Mein Tipp, diese ganzen Sätze mit dem Gucken kann man auf einen Satz reduzieren. Guck einfach dahin, wo du hin willst. Nirgendwo anders hin. Du musst da, wo du gerade bist, nicht checken, weil das kannst du sowieso nicht mehr ändern, aber du kannst ändern, wie es weitergeht. Also guck auch dahin, wo es weitergeht. Und genau dieser Satz hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, schon in dem Moment, als der Thomas es ausgesprochen hat. Was der Thomas beim Mountainbiken genau damit gemeint hat, das möchte ich euch erstmal jetzt zeigen. Hier im Hintergrund im Bikepark OE, auf der Flowline, seht ihr jetzt das Wurzelfeld. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal hier gewesen seid. Auf diesem Wurzelfeld sind halt verschiedene Wurzeln, abgesägte Baumstämme, über die man drüber fahren kann. Und wenn man jetzt darauf zufährt, ist die Frage, wie fahre ich da jetzt drüber? Meistens ist es so, wenn wir kurz vor dem Wurzelfeld sind, dann schauen wir genau vor unser Vorderrad. Und da kommt das Thema Blickführung ins Spiel. Was meint der Thomas also damit, wenn er sagt, dort, wo du bist, musst du nicht mehr checken? Er hat gesagt, dort, wo du bist, das heißt, wo du gerade stehst mit deinem Rad, musst du nicht checken, wo du bist, sondern du musst entscheiden, wie es weitergeht. Und dafür musst du nach vorne schauen. Das heißt, wenn du jetzt so ein Wurzelfeld fährst, zum Beispiel, schaust du dorthin, wo du hin willst. Das wäre jetzt in diesem Fall die nächste Kurve. Genau das Gleiche gilt, wenn du einen Sprung fährst. Du hast zum Beispiel hier auf der Freeride den Sprung im Wald und direkt danach kommt eine Kurve. Oder das Bachgap unten, da springst du das Bachgap und das wirklich Gefährliche ist die Kurve im Anschluss. Und wenn du aber nur dorthin guckst, wo du gerade bist, dann siehst du nicht das, was danach kommt. Und hast damit dann möglicherweise ein Problem. Außerdem musst du einfach lernen, deinem Bike unter dir dann so zu vertrauen, das Fahrwerk arbeiten zu lassen und so weiter. Aber das sind wieder andere Basics. Vielleicht ist es euch schon mal passiert, vielleicht aber auch nicht, dass ihr genau dahin schaut, wo ihr eigentlich nicht hinwollt. Zum Beispiel der Baum oder der Ausgang der Kurve im Anlieger. Wenn man nicht zum Kurvenende guckt, sondern über den Anlieger hinaus, dann fährt man öfter genau dorthin, wo man eigentlich nicht hin will. Das exakt Gleiche passiert natürlich auch bei Wurzeln und Steinfeldern. Wenn du auf den Stein guckst, wo du denkst, da bleibt jetzt mein Vorderrad dran hängen, dann bleibst du sehr wahrscheinlich auch daran hängen. Aber wenn du über das Steinfeld hinaus schaust, dann fährst du einfach drüber. Lässt dein Fahrwerk arbeiten und fährst einfach drüber. Für die meisten Leute hier auf dem Kanal wird das Thema wahrscheinlich nichts Neues sein. Ihr habt vielleicht auch das Video mit Thomas schon gesehen, wo es um Thema Steinfelderfahren geht. Da haben wir genau das Gleiche besprochen. Doch der Gedanke, der mir gekommen ist, ist, was wenn das Ganze nicht nur fürs Mountainbiken gilt? Oft fokussieren wir uns so sehr auf die Dinge, die wir nicht wollen, dass wir am Ende des Tages genau das bekommen. Und warum? Weil wir einfach genau das dann in unser Leben ziehen. Genauso wie wir über ein Wurzelfeld fahren, also über die Hindernisse und über die Hindernisse hinweg schauen, könnten wir auch im Rest unseres Lebens mehr auf die Dinge schauen, die wir uns wünschen und wo wir hinwollen. Und genau wie bei den Wurzeln werden wir im Folge dessen alle unsere Entscheidungen so treffen, dass wir am Ende genau dort ankommen, wo wir am Anfang hinwollten. Ihr denkt, das ist Quatsch? Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ungefähr mit 15 Jahren habe ich mit meiner Crew damals, ich habe Breakdance gemacht, für die, die es nicht wissen, in einem Jugendzentrum angefangen zu tanzen. Und da kam so ein Theaterpädagoge, der hatte so ein Projekt gemacht und hatte dort eine Videoaufzeichnung von uns gemacht, beim Training und danach uns ein bisschen interviewt. Und in diesem Interview hat er uns gefragt, wo würdet ihr gerne sein in 10 Jahren? Und ich habe dort gesagt, ich würde gerne mit Tanzen mein Geld verdienen und so viel Geld damit verdienen, dass ich meinen Lebensunterhalt beschreiten kann. Bei der Gesellschaft, die möchten halt gerne alle so, dass alle gleich sind. Alle haben am besten auch irgendwie ähnliche Arbeitszeiten und ein geregeltes Einkommen. Und die mögen das, wenn alles uniform ist. Wenn der Hip-Hop-Kultur Hip-Hop steht für Vielfalt, ist es ein bisschen anders. Wir sind froh, wenn irgendwie was Neues kommt oder wenn irgendjemand etwas Neues erschafft, sagen wir beim Tanzen, wenn es ein neuer Move ist. Und genau 10 Jahre später, also mit 25, ist genau das eingetreten. Ich war mit Mitte 20 an dem Punkt, dass ich eigentlich nur als Tänzer mein Geld verdient habe, unterrichtet habe, Shows getanzt habe, Choreografensachen gemacht habe und habe einfach als Tänzer mein Geld verdient. Und warum ist das so gekommen? Ganz einfach, es ist so gekommen, weil ich jeden Abend daran gedacht habe, dass ich das haben will. Ich habe jeden Tag daran gedacht, tagsüber. Ich bin sozusagen aufgestanden und hatte das im Kopf und habe alle meine Entscheidungen, die ich treffen musste im Leben, immer dienlich meinem Ziel sozusagen gesetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich die Entscheidungen getroffen habe, die am Ende dazu geführt haben, dass ich genau an meinem Ziel gelandet bin. Genau so ist es passiert. Ich habe jeden Tag dorthin geschaut, wo ich hin wollte und bin am Ende genau dort gelandet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das jeder von uns kann. Und damit meine ich nicht über die Wurzeln fahren oder den Sprung fahren, sondern dorthin zu gelangen, was man sich eigentlich wirklich von Herzen wünscht. Der Fahrer bist du. Das Bike, der Rahmen ist dein Körper. Das Fahrwerk sind deine Muskeln, dein Fleisch, deine Knochen. Das Leben ist der Trail. Und die Leinen, die du fährst, entscheidest du. Und wo genau es hingeht, entscheidet allein deine Blickführung. Musik Push Musik Musik Amen. Amen. Amen.